Herzlich willkommen zur nächsten Lego-Super-Marvel-Heroes-oder-so-ähnlich-Folge hier auf WePlay Games4U. Ich bin Zoevo. Ich bin Rick Darlene. Ich bin, glaube ich, Iron Man. Ja, eventuell. Wir spielen gegen den Mandarin und den hübschen Kerl, der hier gerade verschwunden ist. Ah, okay. Der hat mich angedödelt. Ich habe ihn ins Gesicht gehauen. Toll. Können wir jetzt davon kaufen? Weißt du denn? Kann ich überhaupt irgendwas Cooles? Boah, ich kann nicht so geile Satzen machen, irgendwie. Kannst du so Raketen schießen, dann hast du das nicht gesehen, ey. Soll drauf, Mann. Schießt hier Raketis. Ah, Raketis. Alles geil, ich verstehe mich. Weißt du nicht, was es bringt? Ich find's sehr müdend und langweilig, obwohl das eine Sekunde spielt. Da oben ist einer. Guck. Wie ist es? Äh, äh. Ach, better. Andödeln. Wie darf der denn da rummachen? Ich kann nicht andödeln. Oh, hier vor mir ist er. Ich muss der Dreieckdrucken machen. Ach was, zweit ja. Wenn du gestorben bist, alter. Ich bin doch nicht trocken, man. Oh Mann, wie gut spinnen, Mann. Wieso? Guck's dir an. Ich hab hier so einen Laser strahlen, der tötet einfach alles. Ja, mich auch irgendwie, ey. Voll gut. Ja, weiß ich nicht. Ich bin einfach kaputt, Babs, ne? Bisschen OP. Ach, wie war's gegen den da? Äh, der hat nur noch einen HP, ne? Ja. Ich glaub, den haben wir down. Okay. Was ist? Oh, Fettman. Ah ja. Ah ja. Zeitman. Äh. Ich wusste. Down. Wie du mit dem Sturm geschossen hast, ey. Guck, hier ist viel zu viel los. Du musst das benutzen. Versuch mal auf D zu schießen, dein lieber Marlowe. Ich seh ihn ja nicht, weil du da rum machst. Geil. Da, ich mach's mit Treff. Sei drauf, Mann. Guck, da oben ist ein Heli. Trinkt aber nix, wenn ich ihn treffe. Ne? Ich versuch kein Heli abzuballern. Geht auch nicht. Vielleicht müssen wir hier wieder... Versuch mal das Herz einzusammeln. Ja, wir müssen ja 14 Leute töten. Du siehst ja da oben. Sicher? Wir haben doch schon so viele getötet. Geht hier runter, ja. Noch 7, 6, 5. 3. 2. Kommt keine mehr. 1. Groß Neuer. Wir können da irgendwie andödeln. Und wir können ihn andödeln, Mann. Ja, ich nicht. Ich kann nicht andödeln, weil du deine scheiß Kamera da jedes Mal rum machst. Ich konnte eben andödeln vorher. Dann dödeln halt, Mann. Ich kann nicht, weil du jedes Mal die Kamera wechselst, wenn du da rumrennst. Voll behindert. Guck, kannst du ihn auch andödeln? Das ist jetzt anders hier. Hier, den machen wir jetzt auch. Ja, klar. Das heißt, warum die ganzen... Hä? Warum bist du denn jetzt so viele? Ja, das ist schon nicht. Die gehören jetzt zu mir. Na klar, die schießen auf den. Du bist doch nicht da. Kannst halt. Das KD ist hier ein bisschen langweilig. Irgendwie ist das mehr als langweilig. Vor allem stirbt er nicht. Und verstehe nicht, wieso. Muss ich den anderen gerade machen. Willst du irgendwas bauen oder so? Guck mal, da ist da irgendwie so ein Captain America Feld. Ja, tatsächlich. Wo bin ich denn? Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Irgendwie ist hier was komisch. Sind wir beide tot? Ich habe irgendwie noch HP, aber ich weiß nicht, hier funktioniert irgendwie was nicht. Ach so. Sind wir runtergefallen und haben so lange gebraucht oder was? Ja, scheinbar. Alter, da ist er nicht. Ich weiß da nicht. Ich lebe sogar noch. Ich fliege hier irgendwie rum. Ey, ich frage mich nicht. Aber ich hätte hier wahrscheinlich hochfliegen können, wahrscheinlich vorhin schon. Ist die los oder los? Oh, hier kann ich irgendwas machen, glaube ich. Okay, irgendwas passiert jetzt. Okay. Dann kann ich da oben vielleicht doch nichts machen. Ich habe so ein Stark-Energie-Ding gebaut. Ein Reaktor oder so was. Jetzt gibt es eine Atomexplosion. Oder, keine Ahnung. Vielleicht können wir nicht so aufs Ziel starten. Ah ja, okay. Du warst im Weg, Mann. Guck, ich muss da bestimmt irgendwas machen. So ist es natürlich schon. Ja, hör mal auf, dich zu bewegen. Lass das nicht die ganze Zeit weggehen. Alter, das verändert doch die Farbe, wenn ich da drauf leuchte. Aber du tust jetzt mit... Alter, hörst du jetzt auf dich zu bewegen, Mann? Du Spass. Ich hoffe, ich bin schon hier hin, Mann. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du dich nicht bewegen sollst? Das ist so scheiße. Alter, Schwede. Du bewegst dich schon mal. Dadurch, dass die Kameras bewegt, habe ich nicht mehr getroffen. Ja. Nein. Ich habe eine Schwäche für Oldies. Wie kommt es, dass mein Turm nie verschont bleibt? Weil du genug Geld hast. Achso. Hier, ein neuer Start. Oh, wir sind gleich gekriegt. Sie sind für blöde Spiele. Oh, wir haben das erste Mal keinen Crew Believer bekommen. Ja? Das müssen wir nochmal machen. Du kannst das nochmal machen. Oh, Mann. Erste Tests von Reed Richards ergaben, dass diese Steine die kosmische Kraft lagern und von Silversurfers Brenn stammen. Wenn das bedeutet, was ich denke, dann verfügst nur du allein über die Kompetenz, die Erde zu verteidigen. Wer ist denn du? Ein Hamburger. Oh, T-Kanne. Und sie haben schon viel zu viel davon gestohlen. Wir müssen unsere Latveria-Operation in Gang setzen. Ich nenne sie Operation Latveria. Oh, ja. Wir müssen den Rest der Verkastlisten vierten. Gut, schalten Sie die Shield-Arc-Reaktor-Spuren-Software ein. Ihr verfolgt meine Arc-Reaktor-Spuren? Weißt du, wie oft ich dich bei irgendeiner komischen Party suchen muss? Wie du siehst, gewinnt man durch den besten. Ah, ja. Alles klar. Oh, nein. Nein, nein. Die sind doch scheiße. Nicht schon wieder. Oh, Mann. So viel dazu. Das bist du. Hoffentlich. Ich bleib jetzt hier steht. Doch, ich bin ja. Muss nicht. Da. Okay, ich laufe. Oh, je. Ich muss springen. Die kann doch nicht mal richtig laufen. Die wackelt so blöd. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Leute. Warum passiert mir sowas? Das verdient wahrscheinlich. Ja. Die denken bestimmt, das ist voll episch, was man hier macht. Ja, ich glaube auch. Ich finde nicht. Little Italy. Jetzt wird es auch noch rassistisch, oder was? Weiß ja nicht. Weiß nicht so genau, was wir jetzt hier machen sollen, ehrlich gesagt. Scheiße. Hier ist doch was zum Bauen, oder? Das war auch so ein Reaktor-Ding, oder nicht? Ich habe doch keine Ahnung. Oh, nicht. Komm, ich nur sichtbar mache. Was super praktisch und total keinen Sinn macht, ey. Macht keine Logik. Nicht? Nee. Das ist blöd. Pizza kann Lego-Eis zum Schmelzen bringen, was jetzt Bescheidwort ist. Was? Pizza kann Lego-Eis zum Schmelzen bringen. Hitze kann Lego-Eis zum Schmelzen bringen. Was interessiert uns das, wenn wir niemand mit Hitze haben, Blitze, Mann? Ich werde hier noch kaputt in dem Scheißspiel. Corona, oder was? Warum sind wir in der gleiche... Okay, ich wollte es gerade sagen. Hä? Ich bin runtergefallen. Hä und? Oh je, ich mache hier die Little Italy Italiener, sagt kaputt. Wo sollen wir überhaupt hin, Mann? Keine Ahnung, wir sollen hier rassistische Sachen machen. Wir sollen Little Italy auseinandernehmen. Stirb, LKW. Du Italienisch aufs Fahrzeug. Wir müssen hier hinten irgendwie hin. Das ist doch eigentlich auch nichts anderes als Blödsinn, was wir hier machen. Offensichtlich. Okay. Ich habe nichts anderes vorgehabt. Ey, wie der schon weiter weg ist als ich eher. Das gibt's ja wohl nicht. Voll das gibt's ja nicht. Das ist ja auch alles einfach um. Mich regt dieser Blitzcreen so auf, ey. Das ist so krass, ne? Das ist so arm programmiert, anstatt dass sie halt wie bei Diablo, dass einer hinterher rennt dann halt oder so, weißt du? Oh, ich muss hier auf dich warten, oder was? Ja, natürlich. Alter, halt die Klappe. Ich bin wichtig. Scheiß, Mann. Bin ich hier jetzt, oder nicht? Nein, bist du nicht. Wo bist du denn? Hier. Und jetzt? Hier musst du deinen Laser unsichtbare Gedöns wieder machen. Ja, toll, aber du bist immer noch da. Warum zieht's dann dich jetzt nicht mehr? Weil ich weglaufen würde. Oh, kein Sinn. Ist halt so. Oh, hier, Müll. Was sind das? Die Darüber-Taxe, oder was? Meine Fresse, ey. Vergesst die letzten Koordinaten. Halt die Fresse. Alter. Scheiß auf deine Koordinaten. Ich hab ne Ankündigung zu machen, und zwar folgende. Nach diesem Lego-Let's Play hier, ne? Äh, gibt's kein Lego-Let's Play mehr. Alter, guck, hast du's gesehen? Ich hab mir drauf geachtet. Der Splat-Quad. Kann schon sein. Es sei denn, es gibt Simpsons, das Spiel. Mhm. Das würde ich noch spielen, aus Versehen. Also, wir wären bestimmt irgendwas anderes auch noch. Bist du doof? Was denn? Was könnte man denn spielen? Das weiß ich noch nicht. Wenn nicht die Tests sagen, von wegen, oh, 90 Punkte, das ist wie kein Lego-Spiel zuvor. Haha, das ist so geil. Das war was, kann ich noch nicht sagen. Falsch, falsch, falsch. Ey, tut mir leid, ich wollte euch nicht umfahren. Das ist einfach so passiert. Worin ist so ein Geschenk? Ich laufe hier einfach rum, weil mich der, äh, tut mich desorientieren. Hydra-Basis, uh, oh, Pizza, mhm, mhm, Little Italy. Hydra-Basis. Bin ich überhaupt da, wo du bist? Ich bin ja wohl ganz anders, Mann. Ich weiß auch nicht, was du da machst. Ich stecke mich von blau. Ey, ich spiele, als hätte ich irgendwie alkoholische Getränke zu mir genommen und ich bereue, dass ich es nicht habe. Ach so. Ich ehrgeizte. Ja, ich mache hier schon die ganze Arbeit, keine Angst. Ja? Jetzt bin ich überfahren worden, obwohl ich unsichtbar bin. Alter, was geht denn hier ab? Du darfst niemals diesen, äh, durchsichtigen Leuten schon wieder überfahren worden. Leck mich doch, weißt du was? Jetzt machst du den scheiß Auto kaputt, du Arschloch. Bin wieder überfahren worden. Flipp aus. Du bist jetzt aber... Ja, was ich finde, dass wir gute Sachen machen. Was ist jetzt los? Ich habe die Sachen gemacht, die wir machen mussten. Oh Gott, und ich wurde hier die ganze Zeit angefahren. Da hat es schon drauf. Wie ist das, ey? Du blockierst mich schon, Mann. Die hatte auch keine Freundin in der Schule, ne? Ich glaube nicht. Was machen die denn da für Gruppensachen? Ich weiß nicht so genau. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich finde die Lego Black Widow, oder wie die Tante, heißt sie besser aus, als sie aus dem Film. Warum muss ich die jetzt spielen? Weil Wechsel. Okay, ich bin unsichtbar. Ja, mach deine unsichtbar, sag. Wie ich es drauf habe, ne? Toll. Mach's gut. Und jetzt? Irgendwelche anderen Sachen machen, oder so? Boah, das ist wieder genau derselbe Scheiß, ne? Das ist mir selbst mal schon aufgefallen. Warum muss ich hier mal den ganzen Pisteik machen? Weil du Player 1 bist. Und die wissen, dass Player 2 doof ist. Ja. Soll ich hier machen? Keine Ahnung. So nett. Okay. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Hä? Okay, irgendwas machen wir was. Ich weiß so nett. Ich mach hier Sachen und hab keine Ahnung von dem, was ich mach. Also quasi Dauerzustand. Hier muss ich springen, denke ich. So kann ich da nicht reinspringen, ne? Ha, wie gut ich bin. Da bin ich unheimlich spannend. Und macht sehr viel Freude. Okay. Schön für dich, mir nicht. So wirklich. Wenn mein Anspruch los ist. Darf ich da irgendwas dann zusammenbauen? Oh, du hast es kaputt gemacht. Ach, wie schlau ich bin. Yeah, yeah, yeah. Jetzt kann ich auch mal endlich wichtige Sachen machen. Ich bin nämlich Hawkeye, der blödeste Held der Welt. Ja? Ja. Okay. Sieht man doch. Fandst du den mit dem Film gut? Dem sein einziges Superheldenkraft war, dass er übernommen worden ist und dummbatzig war. Okay, da musst du ran schießen. Wo? Da. Natürlich im richtigen Moment, ne? Wie, jetzt muss ich auch noch Timing machen, oder was? Alter. Das hab ich doch getroffen, oder? Alles kaputt. Alles kaputt. Das Spiel, weißt du, warum du bei Lego-Spielen so viel kaputt machen kannst? Weil das das einzige ist, was du machen kannst, um die Aggressionen zu lindern, die du aufbaust. Was hast du denn da schönes gebaut? Ich hab Sachen aufgebaut. Jetzt bauen wir da irgendwas anderes. Okay. Was für einen Sinn macht denn das? Gar keinen, oder? Einen tollen Fernseher. Jetzt gucken wir euch das jetzt auf. Ich glaub, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Natürlich müssen wir irgendeinen Scheiß machen, das musst du aber machen. Du musst das machen. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Ich bin Hawkeye. Ich hab keine Ahnung von dem, was du erzählst. Hä? Hörst du jetzt mal auf rumzulaufen? Du gehst mir so auf den Piss, Alter. Mit deinem rumgedödelter jedes Mal. Weißt du, was mir das vorkommt? Nein, nein. Wie schlechte Spiele von MB. Ja? Damals, als MB noch spieletauglich war. Das war doch falsch. Das war richtig... So? Ich muss nochmal drehen. Nochmal. So. Na, ist klar, Mann. Ich kann's halt. Gab's ja so ein Spiel, wie es hier gewinnt und... Ja. Es hier gewinnt war toll. Risiko. Risiko war auch toll. Ja, gibt's aber nicht mehr. Glaub ich. Wie auch immer, wir machen den ersten Cut hier an der Stelle. Was? Ja. Okay. Cut, cut. Dank uns wieder fürs Zusehen. Einmal mit Profis. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.